Hallo, hier ist Querd von PocketPC.ch und heute möchte ich euch die App Sketch Wars zeigen. Sketch Wars ist ein Asteroids-Klon, jedoch mit sehr schönen neuen Animationen bzw. Grafiken, denn das wird komplett neu überarbeitet und sieht einfach ein wenig wie ein Skizzen-Spiel aus. Ich zeige euch das ganze Spiel einfach einmal, das ganze Spiel könnt ihr für 99 Cent im Markt kaufen. Hier sehen wir das einmal, wenn ich auf Play drücke, sehen wir einmal in kurzer Zeit meinen Charakter. Ich kann ihn durchdrücken auf die Taste bzw. auf den Homescreen, kann ich schießen. Das sieht man hier, wenn ich jetzt den durch den Gesern so kann ich mich hin und her fortbewegen. Das ist eigentlich ein sehr cooles Spiel, ich kann mit der Hilfe des Radierers, muss ich diese Flecken hier weg machen, damit die Gegner nicht wieder zum Leben erwachen bzw. und das gleiche muss ich mit diesen Pflastern hier oben auch bei den Tintenklecksen machen. Und dann muss man das ganze auch noch ein wenig steuern, ist alles ein bisschen kompliziert zu steuern, macht aber sehr viel Spaß und sieht vor allem sehr schön aus und das ist wieder eine App, die zeigt, wie gut Android-Spiele doch aussehen können. Dann oftmals wird ja bemängelt, dass die Spiele für Android relativ hässlich aussehen. Das ist aber hier jetzt nicht der Fall, sondern sieht sehr gut aus. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank!